Herzlich Willkommen im wunderschönen Montag zum wundertollen, super geilen, hammermäßigen Wocheanfang. Stau! Hat man schon lange nicht mehr. Oh Mann ey. Ohne Witze, weilze, letztes Mal, dass wenn ich jetzt auf den Mittag lade, direkt hier langfahre. Da fahre ich dann lieber wieder außen rum. Da habe ich definitiv nicht so viel Stau und nicht so viel Ärger und Stress. Mann ey, kannst du keinem erzählen, wenn hier mal los ist? Oh. Drei Knotetal bin ich jetzt nicht gleich fast. Hä, das ist, ne. Kannst du nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob das immer nur so Montags ist oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das extrem nervig. Einfach nur ätzend. Ich weiß nicht, als hätten wir alle nichts besseres zu tun. Naja, das ist ein Jahrzehund. Wir sind im Stau. Geil. Hammer. Hey, was willst du mehr? Geil, heute schon den ganzen Tag am Stau gestanden. Richtig Hammer. Richtig, richtig, richtig geil. Stau. Geil. Was willst du mehr am Tag? Ja, keine Ahnung. Gab auch schon die Fragen. Man sollte mal eine Stauparty organisieren. Oh, das ist halt nicht mehr feierlich, also ehrlich. Das ist einfach nur noch absurd, was hier los ist. Fährst von einem Stau in den nächsten und da Tag für... Tag für Tag fährst du von einem Stau in den nächsten. Ganz egal, wo du in Deutschland bist, du fährst von einem Stau in den nächsten. Die einzige Staufreizeit, die du eventuell hast, ist, wenn du nachts fährst. Aber tagsüber... Ich stehe übrigens immer noch im Stau, falls es jemanden interessiert. Aber ab und zu geht der Einzug voran, aber... Im Großen und Ganzen... Alles Kacka. Das ist alles zu ätzend. Ich bin ja der Ernst, fest die Überzeugung, dass er... ...mit den Baustellen... ...die ganzen Autofahrer und LKW-Fahrer alle nur ärgern möchten. Die machen ja auch nichts auf der Autobahn. Die stellen einfach nur die Backen hin und dann ist das gut. Und dann... ...seht zu. Und dann schließen sie Wetten ab, wie lang der Stau ist. Und hören dann auch bei Verkehrsfunk im Radio. Da gibt es auch so ein Video davon, äh... ...in Hamburg. Also... ...ein Video über Hamburg. Das ist, glaube ich, mehr so Cartoon-mäßig. Das gibt es bei YouTube, aber ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Da produzieren sie absichtlich Stau, damit sie sich dann freuen, darüber, wenn sie im Radio gehört werden, wie viel Stau doch in Hamburg und rund um Hamburg gibt es wegen irgendeiner Baustelle. Also, Video ist ja nicht mal so schlecht, dass es echt witzig hier macht. Auf der Gegenseite haben sie übrigens auch schon eine Baustelle einrichtet gerade, bei Großkugel. Auf der Gegenseite haben sie auch auf zwei Spuren verengt. Ach, Mann, ey, was willst du mehr? Was willst du mehr? Oh, ja, ja. Ich traue ich, äh... Kölle. Ach, Manni. Überholverbot ist übrigens auch. Aber das juckt wie immer keinen. Wozu auch? Man überholt ja nicht, man fährt ja nur dran vorbei. Und jetzt hast du hier so einen Chaoten, der jetzt hier fast stehen bleibt, nur damit da Wind kann irgendwo. Ey, ach, wisst ihr, wenn er jetzt da schon ist, dann kann er auch weiterfahren. Ganz ehrlich, das juckt ja jetzt auch keinen weiter. Ne, der hält jetzt wieder eine verkehrende Mitte auf. Da möchte man ja nicht drüber reden. Eigentlich wollte ich schon seit über einer Stunde Feierabend haben. Aber durch diese blöden Stausser in Michendorf und da, äh, Großbrugel da, auf dem Neuen, das hat so viel Zeit gekostet. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, ob ich da überhaupt noch park das finde. Ja, genau. Das ist so ein rotziger Scheiß-Tag, was den fahren betrifft. Überall Stau. Ich wollte eigentlich morgen früh um halb drei oder so, wollte ich eigentlich schon wieder losfahren. Aber jetzt würde es erst irgendwie was gegen vier oder was. Wenn ich denn da jetzt in Hörselgau einen Platz finde zum Stehen, dann weiß ich es nicht. Ein bisschen Licht anmachen, da sieht man ja nicht viel. Und so ein Scheiß-Wetter mit Schneering und Wind wieder. Ein bisschen Licht nebenher. Ich zauber jetzt so, dass die alle weiter fahren. Ich hab jetzt sie zaubert. Nochmal. Das sieht, auf dem ersten Blick, oh, im ersten Blick sieht das gar nicht mal verkehrt aus. Weg, 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 ihr Eimer, ihr Pfeifen, weg da. Weg da, hau ab. Zieh Leine. Verpiss dich. Hau ab. Fahr. Junge, die Bärst du, sag ich dir doch. Sau, Sau. Machen wir. Voll Blase. Boah, kann ich mich ja genau hier hinstellen. Na ja, fahr den nicht hier aber. Ich hab Wahnsinn. 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 Ist ja wie Weihnachten. Übrigens, wenn mir irgendjemand zu Weihnachten was schenken möchte. Ich bin Fan von Socken. Weil von Socken kann ich, ohne Witz, von Socken kann ich nie genug haben. Gehen bei mir alle so schnell kaputt. Ah, ist ja toll. Bauplatz. Also, ja, kein offizieller, aber er kann hier stehen. Also, es ist wesentlich leerer als gedacht. Ganz ehrlich so sagen. Dann stellen wir uns gleich so hin. Ah, 19 Uhr. Ah. Ah. Sehr schön. Sehr schön. Wahnsinn. Bombe. Ich werde verrückt. Bombe. Muss gleich noch. Ich hab am Samstag abgewaschen. Oh Wunder. Und hier meine Brotbox. Abgewaschen. Irgendwie ist aber so viel Fit und Schaum drin geblieben. Ich hab das irgendwie nicht so... Oder hat sich da beim Trockenen festgesetzt oder was? Keine Ahnung. Meine Stuhlen, die schmecken nach Fit. Nach Spül. Dings. Bums. Kann ich die Stuhlen jetzt weghauen und nochmal vernünftig ausspülen die Scheiße. Schmeckt nämlich nicht. Pupsig vielleicht nachher noch Seifenblasen oder so. Wollen wir ja nicht. So. Hier in dieser kleinen Straße. In diesem kleinen Weg. Da stehen jetzt die Vierecker bis nebeneinander. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwo... Jetzt fahre ich in den Gegengesetz der Richtung. Entweder komme ich da jetzt so rum oder ich muss immer zurückstoßen. Aber ich muss da rumkommen. Da muss ja irgendwann schon wieder auf der A4 gewählen sein, dass die sich alle so... ...klappern hier gestellt haben, ja. ...klappern hier rum. Au. So, dann rollen wir mal weiter. In der Hoffnung, dass heute nichts zu sehr am Stau steht. Nein. What the Scheiße. Abends Frankfurt. Guten Morgen. Wir sind jetzt fertig mit Abplanen. Und ich werde mir jetzt schon mal neue Batterien machen. Ich werde die Fahrt nicht in Ego-Perspektive machen. Ich werde es einfach vorne irgendwo heranklappen. Und dann, wenn es dann soweit ist, dass ich euch dann die Strecke mal zeigen kann. Das ist wirklich sehr witzig, die Trinke. Wirklich sehr herausfordert. Da dürft ihr wirklich keiner entgegenkommen. Wenn ihr einer hast, dann könnt ihr die Karten legen. Und bei meinem Glück, da kommt mir heute irgendeiner entgegen. Hundertprozentig schwöre ich euch. So, ich sage einfach mal viel Spaß mit der Tour. Ich lasse euch jetzt mit der Tour alleine mit den schönen Bildern. Das ist überhaupt extra. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist schon mal Wahnsinn, das fährst du aus bloß, wein in der Fresse, das ist ja kein von dem ich der Tag weiter gewesen, das hebt da ja keinen Sinn. Wie spät haben wir denn jetzt? Viertel sechs, machen wir die elf Stunden voll, das heißt fahren wir gegen Viertel fünfe, fahren wir los, Viertel halb fünf und weil wir haben ja um halb zehn haben wir Warenannahme, haben wir Termin, bis dahin soll man auch da sein, ansonsten wenn du nicht da bist und später kommst, dann stehst du da, wie so ein Blappo, da wird alles nach Reihe gemacht, alles nach Anvisierung und wenn du da nicht da bist, dann musst du erstmal alle anderen vorlassen und wenn da mal einer nicht kommt, dann hast du vielleicht Glück, dann kommst du vielleicht ran. Das wird zum Glück noch nicht passiert, aber ein Kollegen. Stadtroda bin ich jetzt. Schöne Grüße hin übrigens raus an Erik. Erik habe ich vorhin kennengelernt über Funkgerät, der hat mich vorhin von hinten vollgequatscht. Natürlich nicht, er ist vollgequatscht, er hat sich halt, wir haben uns halt unterhalten, er hat gesagt, du hast aber einen schönen Mercedes, bist du bei der Actros Mafia? Ne, wirklich ein sehr netter und cooler Typ anscheinend, da konnte man sich auch mit ihm unterhalten. Er macht gerade seine Ausbildung zum Berufskraftfahrer und der hat einen schönen MP2 gefahren, der hat schon über eine Million Kilometer runter und der zieht, der zieht. Richtig geil. Also Erik, falls du das sehen solltest, viel Glück für deine Prüfung. So, nochmal kurz, äh, Batteriewale. Einmal an Erik, den ich da vorhin kennengelernt habe, auf der A4, war das, äh, bei, zwischen Bad Hersfeld und Wilder Könerbach. Genau, Gersungen ist er abgefahren. Dir auf jeden Fall viel Glück dafür, deine Prüfung, aber ich denke mal so, wie man das so rausgehört hat, äh, wirst du, wo, denke ich mal, ohne Probleme wuppen, dann wirst du von dem Film kriegen. Vielleicht sieht man sich ja dann nochmal, irgendwann, falls du das nicht siehst, kann man dann mal wieder über Funke quatschen oder was, keine Ahnung. Ja, ansonsten, ich hab mich unterwegs noch mit einem ehemaligen Kollegen getroffen. Hallo Herr Müller! Hallo, hallo! Du, Müller! Ah, nee, Herr Mülli! Herr Mülli! War mal schön was essen gewesen im Wandersleben. Ja, auch mal wieder nett gewesen. Nicht nur immer am Telefon quatschen, auch mal so. Ist auch mal wieder schön und nett und toll. Na ja. Ja, wie gesagt, morgen Frühling, viertel, halb fünfe, viertel, fünfe, halb fünfe in dem Dreh, hauen wir ab. Und dann, äh, den vorherladen, da steht schon wieder auf dem Hof, aber den werde ich dann wohl, denke ich mal, auf meinem Aufliegerladen. Vermutlich. Ja, ansonsten, achso, ich stehe übrigens in Stadt Roda, da muss ich jetzt die Gardinen zu ziehen, nicht nach seiner kommt und sagt, Muchacho, 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 Muchacho! Nee. Muss nicht sein. Also in diesem Sinne, wie sagt LKW-Mike immer, in diesem Sinne Kopf in die Rinne. Irgendwie so. Oder? Irgendwie so. Also, tschüss. So geht's auch. So geht's auch. So geht's auch.